Wir haben Blessing, Alphamon, das liest du nur noch. Das ist, äh, wenn du Devimon, den letzten Boss gekillt hast. Schaffst du den auch schon? Ja, klar. Nice. Aber nicht solo, ne? Nice. Das ist ein Raid, 8 Leute. GG. Nein, 4 Leute. Das ist ganz okay. Ah, Pierre, du musst mir mal helfen, durch diesen, äh, den Raid da fortzugehen. Leoman? Ne, Leoman hab ich schon, aber den, die, diese... Na, sag mal schön, diesen Tempel da, da komm ich nicht durch. Die Viecher sind viel zu hart. Du hast doch dein Ding ganz... Ne, schaff ich nicht. Da muss der Boss wiederkommen. Ja, da muss der Boss kommen. Okay, ich komme gleich. Wenn du unbedingt hören willst, um so eine Bestätigung zu bekommen, ja, da muss der Boss kommen. Blablabla. Du rechst es schon, wenn du mich anbettelst. A small. Und sagst, dass du mich liebst. Alles klar. Kein Ding, André. Mach ich gerne. Für meine Host tue ich alles. Forst. Für meinen Host tue ich alles. Ja. Ey, wir haben gleich schon ein Ding. Ähm, sag mal schnell. Ich hab gleich schon die Mega-Entwicklung freigeschaltet. Was? Ey, weißt du was? Wir spielen jetzt bis zur Mega-Digitation. Ja. What the fuck? Wie geil. Und das ist alles an einem Abend. Wir können auch bis Börs zocken. Ja, wir können auch bis nächste Woche Sonntag zocken. Weißt du, dann erst hochladen. Kommt auch gut. Ne, ich muss morgen Folgen hochladen. Nein. Also, äh, diese Folge wurde auf dem Sonntag aufgenommen. Sonntag, den 8.12. um... Nehmt schon seit zwei Stunden auf, übrigens. Ja, seit 20 Uhr sind wir am Aufnehmen dann. Was sagt meine Festplätze? Ach, da ist noch Platz. Da ist noch 1,2 Terabyte. Oh. Will ich jetzt angeben hier? Das dauert noch, bis die voll ist. Ich schau mal bei mir nicht. Dann vielleicht spackt das Game dann und hört dann auf einmal auf. Das dachte ich mir gerade auch, ey. Ja, lass mal. Window-Mode, FDW. Trindermere, FDW. Nice. I like these Trindermere. And I can not lie. Apropos Trindermere, ne? Ist auch so ein scheiß... Genau, was ich jetzt machen werde. Da die meisten schauen sich das Game eh nicht in Original an. Die Qualität, ich weiß eh nicht, warum ich in Original rendere. 720p reicht. Ich werde es einfach nur in 720p rendern. Mach ich auch. Mach ich auch. Spart einfach viel mehr Zeit. Lass mal ein anderes Thema anschneiden. League of Legends. Das liegt mir gerade so auf der Zunge. Riven. Dieser Scheiß-Champion einfach, ey. Wie ich das aufschrege. Du kannst nicht mehr, weißt du, als Top-Laner kannst du nicht mehr vernünftig auf Top-Lane gehen, ohne dass du irgendwie so einen Riven-Mongo da hast. Dieser Scheiß-OP-Champ, ey. Aber ey, ganz ehrlich, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Welcher Champ ist nicht OP? Nenn mir einen Champ, der nicht OP ist. Ja, es gibt aber, ich sag mal so, wenn du, ich sag mal, um diesen Schaden, den Riven mit Level 1 raushauen kann, wenn du das haben willst, dann musst du schon Udyr Tiger Stands mit Red Pot haben, um diesen Schaden rauszukloppen. Den die mit einem ganz normalen Longsword macht. Also, es ist schon, da würdest du mir sagen, dass das nicht OP ist. Es gibt schon Champs, die sind einfach nur assi. Also, Timo, fickt an alle Timo-Spieler, fickt euch, Alter. Fickt euch, ihr könnt mir alle einen lutschen. Hallo, ich hab auch Timo gezockt. Nein, Spaß beiseite, aber ey, Timo-Spieler, ganz ehrlich, überdenkt nochmal, ob ihr nicht etwas anderes spielen wollt, wie Hello Kitty oder so. Ja. Aber ey, Timo macht ab und zu ganz schön Spaß. Dann ihr Trindermeer-Spieler, ihr seid genau solche Muschis. Ihr könnt auch nach Hause gehen. Trindermeer, Alter. Ich sterb einfach mal für 6 Sekunden, weil ich einfach voll cool bin. Kannst mir auch einen lutschen. Das wäre aber was, oder? Also, ganz ehrlich, Get-Skill, man. Sucht euch einen Champ aus, den ihr spielen könnt. Einen, der auch wirklich spielbar ist. Nicht hier, wir nehmen jetzt Trindermeer, scheißegal, wir stehen 05. Ja, scheißegal, wie wir die Lane verlieren oder so, ist egal. Wir stehen 05, sind wir pushen einfach. Pega-9, Timo ist geil. Scheiße. Ja, weißt du, du kannst die Lane total verlieren, ja. Du brauchst eigentlich bei Trindermeer brauchst du nur den Static-Shift. Das ist Blitzschwert und Blade of the Ruined King. Ende. GG. So, du brauchst nicht viel für den. Das ist das Schlimme bei dem. Ich mag Champs, wo du echt Skil für brauchst. Least Sinn. Least Sinn. Least Sinn, Walter. Für mich einer der Champs, die am meisten Skil erfordern. Da teilt sich aber dann die Spreu vom Weizen, ne? Ja. Bei den Champions. Rüben zum Beispiel, dieser Scheiß-Champ, weißt du, hat ein Schild, der 300 Schaden abblockt, ja. Alle vier Sekunden. Der auch noch Stunt. Dann hat die auch nur Escapes. Der Schild Stunt nicht, du Held. Was denn? Das ist die W. Ach so, ja. Ich soll verwechseln, aber trotzdem. Die hat einen Sprung nach vorne. Das ist ein Escape. Der Schild kommt mit dem Escape. Ja. Du springst, du machst einen Schritt nach vorne, kriegst dadurch ein Schild für ein paar Sekunden. Danach hast du diesen Dreier-Jump, der übelst Schaden macht ohne Ende, Alter. Die Ulti macht Schaden, ist eine Range-Attacke. Riven ist scheiße. Riven ist scheiße. Ganz ehrlich. Ja. Dankeschön. Aber ich habe auch schon eine Riven auf der Top geplättet. Ja, wer hat das nicht, ja, aber trotzdem. Du hast halt immer, und das ist ein Mongo-Champ, so. Das ist genauso wie Timo. Du kannst ihn spielen, so, ist egal, weißt du, ich spiele ihn mit deiner Hand. Ja, du kannst den Monitor ausmachen und verlierst nicht mit dem. Timo ist echt so ein Champ. Und jetzt nach den neuen Patches, wo es kein Orakel mehr gibt, bist du am Arsch. Ja, leider. Du kannst nur ein Vision-Wort immer stellen. Hoffen, dass du kein Timo gegen dich hast. Genau. Aber ich bin mir viel zu schade dafür, so einen schwulen Champ zu bannen. Ganz ehrlich. Aber Riven bann ich trotzdem. Riven kann ein ganzes Spiel zerstören. Wenn Dingens, Kassadin und Fisk gebannt sind, sind als nächstes Nasus und Riven. Die ich bann. Nasus ist einfach... Ja, ja, mit Nasus muss man farmen können. Weißt du was? Ja, aber ich mach das andersrum, ja. Ich bann erst mal die anderen und wenn die dann nicht zum Beispiel Kassadin gebannt haben, dann bann ich erst Kassadin. Weil manchmal ist es nämlich so, dass der Gegner Kassadin bannt, ne, und dann hast du noch einen freien Bann. Ja, ja, ich weiß. Den mach ich mal ganz zum Schluss. Wenn ich first pick bin, Alter, dann bann ich Kassadin sowieso nicht. Ja. Dann müssen die den bannen. Oder ich nehm ihn. Kassadin ist aber auch ein OP-Champ. Ja. Die Ulti ist einfach nur viel zu krank. Ist er auch. Aber Kassadin alleine kann keine Tower pushen, weißt du? Doch, kann er. Ne, ey. Full-AP doch. Full-AP-G? Ja, klar. Drück die W und du hast deinen Full-AP als AD. So in etwa. Achso. Du machst so viel Schaden, wie du mit, ich glaub 50% von deinem AP-Schaden machst du als Normal-Hit-Schaden. Für ein paar Sekunden. Und wenn du dann mal so 700 AP hast, GG. Kassadin fickt alles. Kassadin. Kassadin. Greedus, warum sagst du nicht? Seid jetzt fertig. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht so. Ich hab dir den Chat voll geballert. Ich hab den Chat aus. Schade. Ich hab den lang gehabt. Ich hab das gelesen, Greed. Seid nicht traurig. Dankeschön. Einer, der mich respektiert. Ja, tu ich immer. Der mich als Mensch anerkennt. Ja, Mensch. Wir wollen nicht so weit gehen, aber... Bisch schon ganz genau. Naja, Mensch. Mensch. Ich hab einen Arschloch. Ich bin ein Mensch. Ja, stimmt. Du hast einen Arschloch, du bist. Oh Mann, oh Mann. Ich hab gleich schon einen Cherubi, Mann. Schlecht. Ey, ich bin jetzt erst 37 und ihr seid schon 38. Ja, 1000er. Wie geht das bitte? Hast du keinen Buster? 200er. Ja, die setze ich auch ein. Ja, und du musst bedenken, ich hab halt die Klamotten, ne? Die kannst du dir auch kaufen. Warum holst du dir die nicht? Ich verkauf meine Seele nicht. Du musst nicht cashen dafür, ne? Ja, aber die sind doch für sieben Tage oder so. 30 Tage. Oh, warte. Ja, das will ich halt nicht. Wie teuer sind die? Ja, du kriegst keine permanenten Sachen. Du weißt, ich will meine Sachen nicht jeden Tag wechseln. Das machen Gamer nicht. Aber 30 Tage. Ja, deswegen ja 30 Tage. Alle 30 Tage noch nicht. Das machen Gamer auch nicht. Nur an Weihnachten und Geburtstag. Ja. Ach ja, ihr wisst Bescheid, ne? Zu Weihnachten wieder duschen dürft ihr. Das ist Ausnahme. Ja. Leider, ey. Ekelhaft. Ich muss sogar zweimal duschen. Das ist so richtig krass. Warum das denn? Warum das denn? Am 23. Mein Bruder geburtzt. Eee. Weißt du? Du bist ja voll eklig. Ekelhaft, ne? Ja. Ich auch, Alter. Voll abartig. Bah, du wäsch dich. Ja, mit Seife und so. Voll uncool. Mit Kernseife? Kernseife, natürlich. Ach, mit Schwefelsäure. Und die fällt dir jetzt mal runter. Mit Schwefelsäure. Ich benutze leider nur Flüssiges. Also, Flüssigseife, Schwefelsäure. Ethanol. Schmiergelpapier. Schmiergelpapier. Schmiergelpapier, genau. Ja, gehst du dann über deine Eichel. Ja. Mit dem Schmiergelpapier. Willst du den Käse abkratzen? Okay, das schneiden wir. Okay. Alter, André, ich hab noch Jugendliche, so, weißt du? Ich hab voll viele minderjährige Zuschauer. Leute, weiblich auf die, die haben alle keinen Plan. Die haben alle keinen Plan, ich schwör's euch. Die haben alle selber Eichelkranzkäse, weißt du? Wir müssen jetzt gucken die weiblichen Zuschauer nicht mehr. Sag mir, ey, sag mir vorzuhren, Mann. Ja, mein... Ey, ey, Pian, sag mir vorzuhren, Mann. Ja, hier, für den Blowjob heute Abend, lass mal so Geschmackskondome kaufen, ne? Ich will mal so ein bisschen Geschmack dabei haben, ne? Damit man noch was schmeckt.